einfach wie ich das sind kriegt das ist endlich auf YouTube auch von mir aus funktioniert das kann ich dir nicht sagen weil ich kenne die Fehler nicht und ich hab sie auch nicht na klar ist es so eine Zeit hat jeder unschönlich da ist nur ein Creeper drin Partyschlacht in den Schwerer oder ich habe einen Pfeil und Boden aber immerhin die Günther gehen drauf soll man den Skeleton erschießen der kommt schon der steht nämlich im Schatten oben drüber Achtung der Creeper Tod und Verderben hey Creeper hallo andere Richtung du wurdest von oben angeschossen mach bloß dann die Tür auf kommst mal alle auf die Plattform damit der Creeper da äh der ist dahinten der kommt zu uns hinter dir hinter dir hinter dir ach du scheiße fein gemacht scheiße wo ist er hin äh von der Plattform auch runter oder ja 3 2 1 alle runter wo ist meine Experience ach hier ist sie die hat mir gehört hat sie skeleton soll ich dich erschießen nein warte warte nicht nicht ich geh hoch ich komm nicht hoch ich weiß da komm nur ich hoch warte hier warte mach mal so soll ich was beim hochgehen soll ich was machen was ich gerade tue ja mach nein ich hab was ich tun wollte ähm und die fallen runter und sterben oder wie da unten also da oben wo ich gerade raufgebe wenn sie äh spawnen die werden dann aber runtergetrieben oder ja scheiße mit dem unter strom du musst runtergehen jaha ich geh schon und mich nicht runter schmeißen am besten beruhig dich mal weil wenn ich wieder oben bin dann verreck ich erstmal wieder so warte mal doch gott schon wieder ein baum aber dieses mal ist es eine Birke oh ne jetzt bin ich schon wieder out of cobblestone ja ich hab einen das habe ich jetzt von dem anderen Netzplayer geklaut ja ich weiß auf welchen hat noch irgendjemand eine Hacke ich nicht eine Spitzacke ich hab noch zwei stück aber ich bin gerade beim hochklettern ich hab eine und hab in dem Fall gerade jetzt abbauen keine lust ich muss meinen Koppelbedarf stillen I'm on the top of the world wie jetzt jemand sagen würde cool das ist jetzt aber nicht das beste Englisch ich weiß normalerweise heißt sie I'm on the top of the world but ähm ja warte man kann das TH auch scheiße aussprechen warte man kann das TH auch scheiße aussprechen ja man kann aber auch die Grammatik durch die Gegend werfen ja ja das kann man auch machen wenn man lustig ist so ich glaub ich geh mal was crazy sag mal fangst du meinen Koppel ab hier das ist ja illegal nein Tweet nein hey haben wir noch ja wir haben noch Hände was Hände ja in meinem Texture Pack ist Rotten Flash äh Hände ja ja ich weiß ähm ich schau mal hier wir haben hier eine Truhe mit Nahrung wir haben unglaublich viele Melonen Brot also ich mein oh Hacker weiterhin verrottete Hände ich steh irgendwo drauf ja nee als erstes verrottete Hände und dann zwei Melonen ach schon wieder ein Baum halleluja ja dann hast du wenigstens die Chance auf Äpfel und Arbeit ja genau oder du holst sie gleich muss man jetzt eigentlich die äh bei den Kürbissen und bei den Melonen das vorher noch äh umgraben nein 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 das ist gar nicht mehr so schlecht geht auch ohne Janek wie wärs mit Koppeln ja ähm machen wir eine Runde Koppel Play ja ich bin auch schon jetzt Koppel oh das wäre eine neue neue Abspaltung der Video Let's Session Let's Koppel Koppelstone abbauen oh man das ist langweilig ich seh schon jetzt ne ja langweilig schon warte ich komm gleich dann baue ich ab ja oha 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 da ging grad die Quali flöten schau mal in deine Papiere rein welche Aufgaben machen wir denn oder haben wir noch nicht gemacht warte mal Sekunde also gemacht haben wir oh ich sollte es mir eventuell mal abhaken also wir haben noch sehr sehr viel vor uns ähm wirklich viel oder können wir das umgehen äh ja ich würde mal sagen ich würde mal sagen wir werden natürlich hier kein endlos Let's Play draus machen weil wir haben ja noch andere Pläne wir haben noch andere Pläne es wird jetzt dann wahrscheinlich auch Adventure Maps Let's Play werden oder sowas und dann auch eine normale Map ja hauptsächlich eigentlich nur noch normale Map wo wir einfach ein ganz normales Let's Play Together machen und dann nehmen wir dann so viel auf dass wir umfallen und dann alle genau und dann können wir das nicht rennen sterben und dann haben wir 200 Folgen haben wir 200 Folgen gemacht und äh 100 davon sind auf der Festplatte und 100 davon erst gut geladen so war sag mal kann es sein dass wir das erste Mal wirklich ein Problem haben wir haben keine Schlitzhacke mehr halt ja ne stopp ja halt stopp Nummer 1 jetzt rede ich halt nein das gibst du mir wieder jetzt was jetzt ich will meine Leiter wieder ach so deine Leiter die kannst du gerne wieder haben die hab ich aber nicht die hast du ne hundertprozentig nicht ich hab mein Inventory ich hab geschaut ich werd nicht blöd ich hab ich sie wieder aufgenommen ich weiß es gar nicht okay ich hab mir Leiter nicht ich bin doch da schon oben gewesen ich bin doch auch blöd hm vielleicht weil hey ich mach mit dem Koppel den hinteren Bereich wenn wir äh irgendwas runterschießen vom Firm dass die dann auch da landen hä schon wieder Baum ja bau noch nichts bau nichts mit dem Koppel ich hab schon gebaut also von dem her also ich hab schon angefangen nein da hinten brauchst du nix bauen oh das war Koppelverschwendung na ja mein Gott bau nix wenn du nicht weißt was ich vorhabe was hast du denn vor also da oben baue ich eine riesige Plattform wo Viecher spawnen ja hätte ich auch die Viecher fallen direkt in der Mitte von unserer jetzigen Plattform runter und sterben und sterben und sterben ich hab euch nichts hinter dem Turm naja ein Versuch was wär's und wenn wir unten halt Laternen oder Fackeln hin machen damit die da unten nicht spawnen ähm genau weil dann haben wir unten nämlich ein Problem ja das hab ich ja vor deswegen bleibt aber auch erstmal die Türe da aber das ist echt übel dass die Monster jetzt Türen kaputt machen ja dann kriegt man richtig Schiss wenn man hinter so ner Holz ist und was haben jetzt die Villager damit sie sich beschützen können ja ein Eisengohle also wie schauen das aus je nach Picturepack variabel oder bis jetzt äh gibt's glaube ich nur das normale weil die anderen sind noch nicht so richtig dafür abgedeckt man braucht aber die Eisenblöcke damit es geht welche Eisenblöcke nicht die äh Eisenbahnen sondern die Blöcke ja ja ähm Dach wollten oder ja ich nicht du ja ok dann gib mal her äh ich hab kein Wort in der Truhe ich hab's hier gerade gesehen äh mit oder ohne äh Zwischengeschoss noch ohne ok äh finde ich brauchen wir nicht dann bauen wir hier also ich baue schon ein A-Zwischen hey ich hab mir bitte nicht den ganzen Koppel ein ja ich geb dir wieder ich brauch nur drei Stück für ne Hacke ich mach nämlich mit geht schneller ja irgendwo bin ich hier dann darf ich dir die wieder rein irgendwas stimmt gerade nicht ich bleib andauernd irgendwo hängen ach da war's jetzt das Bett man ich verbau mich andauernd tja da warum haben wir da eigentlich Erde reingebaut oder damit der eine Block Erde der wichtig ist das gibt's doch nicht damit der eine Block Erde äh hier in dem Haus ist damit wir den schon mal oah wenn wir den sicher haben Hä weil nur auf dem Block Erde können wir Gras machen nur von dem Block Erde können auch dann da drauf äh Viecher spawnen ja ja aber du kannst keine so große Fläche erzeugen dass da Viecher spawnen können sicher wir haben sauvieh Erde hey aber mit der Erde ich 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 checkte das System immer noch nicht also das musst du mir mal ganz in Ruhe geben wir brauchen einen ganz normalen Block Erde der mit Gras bewachsen ist mit der alle anderen Blöcke normalen Dirt also normale Erde ja Entschuldigung ich brauch den von B damit der dann äh alle anderen anmachen kann sozusagen Apropos dann baue ich hier hinten auch mal die kleine Mauer weg also du brauchst einen Grasblock und der Rest muss Erde sein und der Grasblock der macht alle anderen zu Gras ja deswegen war ich damals auch so sauer als Treyarch den einen Grasblock zu so keine gemacht hat wie auch immer warst du zu blöd oder warum hast du das gemacht ich hab keine Ahnung ich hab was gedacht ich hab gar nicht gedacht ich hab einfach gemacht der Falle kann könnte eine Fackeln produzieren wir müssen den Weg wir haben genug schau mal die Truhe nein ich bin mit den Fackeln draufgegangen glaube ich ich glaub auch ne schau mal rein ist immer noch ein 16er Stack da äh 64er ne genau bingo ja dann darf hier nämlich gleich einer wenn der Weg diese äh Berandung hat die Berandung ausleuchten wer wer wohin geht hier Weg drauf wohin geht hier was drauf warum baust du einen Weg in die Leere ich baue ihn nicht in die Leere ich baue ihn zur Insel zu welcher Insel die ist doch nicht mehr vorhanden ja doch ja ok da können wir mal ein Höllenportal machen ich baue halt gerne Wege ja gib den Koppel her wir brauchen den für den Turm ok ich geb dir die restlichen 27 dann goh Ben Ben, Frau ist Ben also du bist zu langsam ey bitte? ja ich sag renn vorerst rennen ich weiß dass er eigentlich nicht der Forrest drin ist und mir ist der auch zu langsam der Typ au ich bin in nem Koppel bei mir gestorben so Achtung ähm ich geb dir lieber auf einen Schlag weil ich glaub du möchtest davon jetzt nicht langjährige Minute minutenlange Anstiegsprozesse ertragen äh wirds jetzt gerade Nacht oder Tag? nacht nacht ja grad Tag ich glaub ich nehme mal ein 64er Stack Fackeln und geh mal da ganz schnell noch nach hinten rein wöwe das das bornt wieder was dann dreh ich jetzt echt durch ähm halt 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 hier in der Wohnung mal hier in der Wohnung alter wo ist in die Welt hin? welche Welt? bitte? hier fehlt Welt äh nein bei mir schon dann kommt dein äh kommt mein Internet gerade oder mein der blöde Legs aber hier halt einfach nicht hinterher haa gib mir das auf den Keks schon jetzt mit dem das ist der normale von Minecraft.de halt ja der ist nicht der ist toll aber auch nicht so toll er ist halt nicht gut genug für unsere Ansprüche genau da fehlt nämlich schneller eine Welt als bei Bucket bei Bucket fehlt fast nie eine Welt oder sie lebt nach pass auf dass dein Expawnt und wenn dann bekämpft dich das es geht immer mal wieder die Quali ein bisschen weg ja egal das überleben wir schon hoffentlich äh können wir uns ein ich bräuchte ja auch noch nein geh hör auf Mann hör auf ja du schlägst mich ich schlag dich ja dann ich hab bloß so viel Zeug dabei Mann wenn ich sag geh runter Mann aah ich kann ja nicht runter gehen du hast mich nach oben gedrückt und geschlagen und ich hab zurückgeschlagen ja hör doch einfach auf nach oben zu laufen da geht immer so viel Zeug flöten wir sammeln brauchen wir eigentlich noch mal mehr Felder oder nicht 36 Fackeln und ähm Experience der Rest liegt da hinten brauchen wir eigentlich noch mehr Felder oder ich soll die Plattform nicht bauen ja was hat's gebracht da hinten liegt gar nichts müsste hallo warum antwortet mir niemand weil die Quali flöten geht und du äh wer und ich reden rein sprich deswegen ähm Entschuldigung ja brauchen wir noch mehr Felder oder nicht und dann mache ich nämlich hier hinten wieder dicht aber hier kann man dann auch laufen oder noch nicht jo geht klar noch mehr oder nicht also Janik wann bauen äh wann baust du wieder Koppel ab sag ich dir gleich Bau Koppel ab ich schau mal kurz in Skype ich hab's gehört gut ich bin nicht blöd du brauchst es mir nicht jedes mal so sagen weil das dann nämlich voll äh ne warum reinschauen weil er mir was geschrieben hat weil ich ihm was geschrieben habe genau